ja mo mo leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von kingdom come deliverance ich bin nur ganz kurz hier denn gleich wird gleich ein schnitt sein oder dann werden wir ein bisschen später wieder miteinander reden jetzt habe ich folgende sachen und zwar ich habe schon ein bisschen aktivitäten gemacht und habe wieder skills zu verteilen die wollte ich jetzt machen bevor ich jetzt weiter aktivitäten mache wollte ich einmal kurz mit euch die skills verteilen hier haben wir den jäger wir haben trophäenjäger zähne und das war eigentlich der einzige grund warum ich das jetzt mal kurz aufnehmen weil ich brauche glaube ich die zähne wegen der zähne für die kumanen so das heißt wir gehen auf jeden fall einen punkt hier drauf dann haben wir noch einen punkt und zwar können wir du kannst erlegten wildtieren die innereien entnehmen wildtiere sind weniger scheu wenn du dich ihnen näherst oder du verursacht bei wildtieren 20 prozent mehr schaden hohes essen in deinem mental halt länger oder waldmensch in wäldern sind deine werte für auffälligkeit und sichtbarkeit deutlich niedriger wodurch die unauffälliger und schlechter zu sehen bis besonders nützlich wenn du leuten nachspüren ist und deswegen werde ich waldmensch nehmen so das also dazu wir haben einen punkt auf stärke dann nehmen wir natürlich den pack esel brauche ich nicht viel lesen dann haben wir vitalität wir haben wiedergänger deine gesundheit wird allmählich reguliert sofern du nicht gerade kämpfst das ist richtig gut du überlebst einen ansonsten nötlichen treffer obendrein reguliert sich deine gesundheit um 20 prozent kann nur einmal pro kampf aktiviert werden nachdem du den ersten gegner geschlagen hast sind deine angriffe für eine weile wirkungsvoller deiner ausdauer regeneriert sich schneller robuste machen du kannst deinen leeren magen selbst mit verdorbenen oder giftigen essen füllen ohne schaden zu nehmen allerdings spürst du auch keinerlei positive auswirkungen gilt nicht für alkohol ja ich würde sagen wir nehmen wiedergänger definitiv das hört sich richtig gut an deswegen nehmen wir das so wir haben reiten streit raus dein pferd scheut nicht wenn feine in der nähe sind außer es wird angegriffen im berittenen kampf erhältst du sowohl mit nah als auch mit ferienkampf einen schadensbonus in höhe von 15 prozent da ist auch nicht schlecht ist dein pferd verletzt so ist es schneller was haben wir hier dein pferd wird dich außerhalb von kämpfen niemals abwerfen dein pferd ist schneller verliert jedoch einen teil seiner tragekapazität kann ich okay okay das ist scheiße gut dann nehmen wir definitiv den ritter falls ich das irgendwann mal mache haben wir mehr schaden so reparieren was auch immer wieder da bekommen habe manchmal spinnt das ding hier ne so das schließen wir erstmal dann haben wir als reparieren frisch gewaschen trägst du frisch gewaschene kleidung ist dein charisma für einen tag um einen punkt erhöht wenn du stiefel trägst die du selbst repariert hast verbrauchst du beim sporten 20 prozent weniger ausdauer und kannst somit länger sporten ist auch nicht schlecht ne ich glaube das mache ich meine schuhe demnächst selber ja gut das war es auch schon kleiner zwischenstopp für jetzt erstmal wir sehen uns dann wahrscheinlich noch einmal um die skills zu anzupassen mal gucken und ja dann bis gleich so freunde da sind wir wieder ich habe insgesamt ich glaube vier bis fünf stunden gespielt jetzt und es hat sich einiges getan wir haben auch wieder werte zu verbessern zuerst die hauptstufe da gucken wir mal nach und wir haben gelehrter die den lesefähigkeit kennen wir schon verbände sind kennen wir schon denn energie sinkt um ein viertel langsamer weswegen du länger ohne schlaf auskommst brauchen wir nicht erhöht die sichtweite bei der schnellreise wodurch du unterwegs ereignisse früher bemerkst zudem ist deine chance auszweichen 10 prozent höher ich glaube das ist nicht so schlecht weil wenn ich ein ereignis früher entdecke halte ich auch früher an und kann mich deswegen auch anschleichen deswegen werden wir den speer wählen so das dazu dann haben wir stärke was haben wir denn da furcht der regen deine weine sind eher geneigt die flucht zu ergreifen anstatt gegen dich zu kämpfen diejenigen die dennoch kämpfen sind dabei weniger entschlossen ich glaube furcht der regen ist ganz gut so kann sein dass wir jetzt die maximal stärken stufe erreicht haben oder ich habe keine ahnung so rede kurz geworden verbessern ja wir haben jetzt insgesamt 100 gesundheit und 85 ausdauer naja gut 100 gesundheit hat man immer als die prozent ist so heimlichkeit was haben wir da hundefreund hunde wenden dich nicht an wenn nach dir gesucht wird fällt es den leuten schwerer dein gesicht zu erkennen und sie geben die suche schneller auf wenn du dich duckst und dich bewegst erhält seinen bonus in höhe von 30 prozent auf heimlichkeit das machen wir auch somit sind wir eigentlich schon richtig gut ausgestattet ich habe einen vergessen so taschendiebstahl haben wir zwei hochgott so was haben wir denn so schön diebischer blick wenn du verhaftet und durchsucht wirst verbleiben einige gestohlen gestohlen gegenstände in deinem inventar wenn dich jemand ein bisschen mag und beim taschendiebstahl erwischt wird diese person dir keine wache auf den hals setzen dein ruf wird allerdings trotzdem darunter leiden enthüllt die werte von der hälfte der gegenstände der börse des opfers verringert die chance entdeckt zu werden wenn viele leute in der nähe sind erhöht die chance für einen erfolgreichen taschendiebstahl wenn ein opfer die gleiche charismastufe hat ich glaube mal im schutz der menge ist ganz gut ähm und dann machen wir ja ich weiß nicht ja es ist schwer also es ist alles nicht so wirklich dolle verhaftet werde ich so gut wie nicht mehr wir gehen auf gegenstandsexperte meinetwegen so das dazu ich glaube dann haben wir es auch ja so ich möchte gerne etwas testen und zwar gehe ich mal auf die karte ich habe so ein gefühl dass das schnellreisen äh doch schneller ist als ich gedacht habe dann wenn ich sage ich will dahin von dir aus kannst du nicht schnell reisen aber da kann ich doch schnell reisen oder? ne ich kann von dir aus gar nicht schnell reisen warum nicht? so besser könnte ich jetzt dahin schnell reisen wieso wieso was geht denn mit euch ab? wieso kann ich nicht wieso wieso was ist denn los? ich will doch nur schnell reisen üben ich habe da nämlich einen Verdacht ich habe da einen Verdacht aber es geht nur wenn ich irgendwie auch schnell reisen kann ah ok es geht von hier aus geht das so ich habe nämlich den Verdacht dass wenn ich eine Markierung setze ich zu der Markierung schnell reisen kann das hätte das Let's Play vor 50 Folgen definitiv vereinfacht oh naja man lernt halt nie aus äh ja ich habe ziemlich viel gelernt in der Zeit vor allem das Bogenschießen ist mir jetzt viel leichter gefallen und probieren wir es mal von hier aus kannst du nicht schnell reisen ok es geht vielleicht auch nicht hm hm ich hätte es gedacht ich gebe nicht auf ich werde es nochmal versuchen na gut es geht doch nicht äh ich habe es probiert es funktioniert nicht äh wir gehen jetzt zu unserer heimischen Truhe ich habe übrigens hier die Wohnung gekauft weil ich habe ehrlich gesagt Geld ohne Ende wo seht ihr mein Geld äh da ich habe 24.000 das liegt daran dass dieser Händler warte ich zoome mal ein bisschen ran für euch so dieser Händler hat immer mehr Geld als ihr das ist der totale Protzer er hat einfach mehr Geld als ihr so das heißt wenn ich 18.000 habe hat er 24.000 habe ich 24.000 hat er 28.000 ähm das heißt wenn du irgendwie mal im Banditenlager stürmst und alle vernichtest und alles einsammelst kommst du hierher geritten und verkaufst alles für 5.000 und dann wirst du sehr schnell reich deswegen habe ich mir kaufe ich mir jetzt die Unterkünfte ähm ich habe auch hier in äh wie heißt der Rattay genau in Rattay habe ich auch ein bisschen die Händler abgeklappert und ein bisschen was gekauft vor allem Pfeile habe ich gekauft das wir haben jetzt also mehr als genug Pfeile und zudem habe ich mir noch eine Rüstung gegönnt und ein Schwert und das gucken wir uns jetzt mal an was ich alles habe ich habe äh hier genau wir haben ein edles Schwert mit 61 das hatte ich mir natürlich nicht gekauft den 64er komanischen Bogen nehme ich heute und das Schwert des Herodes habe ich gekauft genau äh ich möchte gerne mal in mein Inventar gucken du kommst weg langen Streckenpfeile habe ich noch 57 am Start ich würde gerne hier einmal kurz alle Pfeile mitnehmen die wir hier haben ich habe mich nämlich jetzt dran gewöhnt alles in mein Pferd zu tun also alle Pfeile so dass ich sie im Zweifelsfall immer dabei habe ach eine Sache habe ich vergessen und zwar mein Hemdchen das ich gekauft habe das ist der dunkle sachsische Gumbeson habe ich gekauft da haben wir Sichtbarkeit Auffälligkeit von 8, 13 und Geräusche 0 äh Charisma von 11 das nehme ich mal mit und äh wenn wir halt unser Zeug jetzt mal angucken ob die falsche Taste äh wir haben momentan an auf was geht das hierauf auf die gewöhnliche TR Jacke die gibt mir Geräusche 13 Charisma 6 das heißt wir werden einen richtigen Charisma Schub bekommen und ja ich freue mich das sind jetzt unsere neuen Sachen und ich sehe gerade ich muss auf jeden Fall wieder reparieren gehen und zum Glück sind wir gerade hier das heißt wir werden auf jeden Fall kurz mal reparieren gehen dafür hole ich mal kurz mein Pferdchen so wie gesagt ich habe ordentlich trainiert mit dem Bogen umzugehen ähm wie viel Stärke habe ich eigentlich momentan so kann ich den besseren komanischen Bogen tragen Stärke von 13 das müssen wir mal gucken wenn wir außerhalb der Stadt sind ähm weil hier kriege ich halt einen Bonus also das Schwert des Herodes kann ich tragen Sehenschlüsse kann ich dann verkaufen dann kann ich euch gleich den Händler noch zeigen aber erstmal laufen wir dahin so genau ich kann ja mal gucken wie es mit meinen Werten überhaupt aussieht da gehe ich auch einfach auf Spieler Stärke Stärke Vitalität was ist meine Stärke Geräusche 6 also ich bin ziemlich ziemlich schleißig Auffälligkeit ist 28 ist auch schön gering äh Stärke da ich habe 14 Stärke von 14 okay gut das heißt ich kann definitiv das Schwert an den Bogen tragen das ist mein bester Freund der Händler ich bin immer wieder hergerissen einfach nur wegen dem Typen weil guckt es euch an der hat 19.000 ich habe gerade halt schon Sachen von ihm gekauft gerade eben tat er er 24.000 und ich 19.000 äh jetzt hat sich der ganze Spiels umgedreht weil ich Sachen verkauft habe und ähm ja hier seht ihr halt einiges und habt ihr hier Langstreckenpfeile Dankeschön die brauche ich so hochwertige Pfeile kaufe ich auch Spitzpfeile auch und die Wundpfeile sowieso so hier hat halt meine Rüstung die ich ihm ständig verkaufe also seht schon ich war ordentlich schon am grinden und ich möchte Dinge verkaufen und zwar meinen alten komanischen Bogen und den Seelenschlitzer brauche ich beide nicht mehr ich habe jetzt bessere Sachen so so ok Anker prüfen Handel abschließend jetzt hoffe ich auch dass ich den Bogen auch wirklich tragen kann testen wir es mal ja läuft ok Jesus keine Sorge ich habe die Wölfe wieder weggesteckt alles gut so äh dann gehen wir mal kurz zum Schneider ich meine ich habe Geld im Überfluss ich kann mir alles mögliche leisten was ich will deswegen gehen wir mal kurz hier hin reparieren Sachen und dann können wir weiter questen Gott sei mit dir ähm reparieren so Dankeschön schon sehen wir wieder richtig gut aus ne ja guckt euch an diesen prachtvollen Herren äh kann ich mich hier kurz wischen die Leute im Mittelalter müssen echt gestunken haben wenn sie sich nur so hätten so waschen können naja man musste ja auch Wasser sparen nur die Reichen konnten sich viel Wasser leisten ich habe noch Kombinionskelch und so weiter aber naja das können wir ein anderes mal verkaufen ja gut obwohl ich möchte gerne die Pfeile mal einstecken alle die ich nicht brauche können weg Wettkampfffeil ja gut nein 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 so dann gucken wir nochmal in unser liebes Pferdchen rein so wir haben 100 gewöhnliche Pfeile 40 hochwertige Pfeile äh 150 Jagdpfeile die machen aber sehr sehr wenig Schaden ähm du bist ganz guter Spitzpfeil haben wir 73 Verbesserter Pfeil hier Verbesserter Spitzpfeil habe ich gerade mal 6 weil das sind die besten den hatte ich auch eingesetzt gegen Willi oder wie auch immer hieß weiß ich nicht mehr so questen wir mal wo wollen wir denn heute ach wir wollten genau wir wollten ja zum Galgen Typen und da werde ich jetzt mal kurz hinreiten so da wären wir was soll ich los tun was ist los Indischka was ist los sehe Liebe Frage der Henke nach der weinenden Frau ok ach den kenn ich doch den hab ich doch den Ring geklaut du hast mich also zum Müller geschickt wie was nun das war nur so eine Art du hattest Glück er hatte tatsächlich Schulden und zahlte mir in seiner Furcht alles zurück was brauchst du dann die weinende Frau weißt du dass du eine weinende Frau vor dem Haus hast ich habe ihren Gatten getötet was du hast ihn getötet er wurde rechtmäßig verurteilt sie wusste dass es geschehen würde und warum ist die Leute würden sie aus der Stadt jagen sie hat hier niemanden ich dachte ich kümmere mich um sie aber es soll wohl nicht sein weshalb das fragst du noch ich kann mich nicht einmal zu den anderen ins Wirtshaus setzen wenn ich einmal sterbe schieben sie mich bestimmt mit einem Stock ins Grab um meine Leiche nicht zu berühren ist es wirklich so schlimm ich beklage mich nicht die Arbeit wird gut entlohnt aber man lebt wie ein Ausgeschlossener ich werde sie auch schief ansehen bloß weil du mit mir sprichst und davor fürchtet sie sich auch genau hat die weinende Frau keine Familie hat die weinende Frau keine Familie keine von der sie weiß armes Ding du könntest ihr allerdings helfen ich wie ihr Gatte könnte noch Verwandte haben mit mir wird niemand sprechen aber du könntest mehr in Erfahrung bringen wieso willst du ihr helfen weshalb willst du ihre Sippe ausfindig machen willst du nicht dass sie bleibt doch sie ist eine wunderbare Frau aber ich will sie nicht gegen ihren Willen festhalten dieses Leben ist nicht für jeden was wenn sie bei dir bliebe was würde sie erdulden müssen wenn sie bei dir bliebe viel das versichere ich dir die meisten würden sich nicht mit ihr abgeben zumindest nicht öffentlich und hätten wir Kinder wäre es für die noch schlimmer ein glückliches Leben hört sich anders an es hat auch sein Gutes die Arbeit wird gut entlohnt und auch irgendwie geschätzt und will jemand einen Knochen richten lassen ist mein Ruf schnell vergessen ok und was soll ich machen? wie soll ich die Verwandten ausfindig machen? frag Eliska selbst sie weiß ein bisschen über sie aber letzten Endes wirst du vermutlich dennoch mit dem Vogt sprechen oder in den Aufzeichnungen des Rathauses nachsehen müssen gut ich helfe dir mal sehen was sich machen lässt danke wenn auch nur für den guten Willen na gut sprechen wir mal mit Madame zuerst und dann gehen wir mal zum Vogt wenn los ähm Hermann schickt mich wo bin ich nur geendet äh nicht verzagen es könnte schlimmer sein nur der Tod wäre schlimmer viel fehlt nicht mehr äh darf ich dich nach deiner Familie fragen? kann ich dich nach deiner Familie fragen? was willst du wissen? was ist mit der Familie denn des Gatten? hatte dein Gatte keine Verwandten? vielleicht er hat ein paar erwähnt aber wir waren nie zu Besuch und mehr weißt du nicht? nein aber wenn sie auch nur annähernd so sind wie mein Göttergatte wird der Vogt sie kennen ok deine Verwandten hast du denn keine Verwandten? jemanden der dich aufnimmt? nein die Pest raffte sie dahin äh und dann bin ich bei meinem Mann gelandet ich wusste dass sie ihn eines Tages aufknüpfen äh ja was hat er denn getan? na gut das genügt das war alles na gut Herr Vogt hier komm ich ich muss mal ganz kurz noch eine andere Quest ausschalten sonst verwirrt sie mich ich hab natürlich äh ein paar Aktivitäten gemacht äh da sehr liebe na gut ab zum Vogt eigentlich kann ich da hin schnell reisen so einmal zum Vogt bitte ich muss aufhören die Leute anzurempeln ey das ist gar nicht gut sonst wir hassen nämlich wieder alle Brot und Gebäck frisch auf dem Ofen rein sooo der Vogt ähm da mussten wir hier rein ne das ist nur der Schreiber äh wer Vogt Herr Vogt Herr Vogt sind sie hier irgendwo? Hä? ist sie ganz unten? Hä? ist sie ganz unten? Wächter ist sie irgendwie immer im Knast? nö äh wo ist sie denn? hm hm ich hasse es Leute zu suchen weißt du vor allem wenn sie auf mehreren Etagen sind weil diese Quest scheiße zeigt niemals wo die wirklich sind ist es offensichtlich irgendwo in der Ecke ist es offensichtlich irgendwo in der Ecke so penste? kann das sein? ist er draußen? ist das wirklich? verspricht mich nicht Bengel da ist er draußen ich glaub's nicht guten Tag wie kann ich helfen? ähm Elishkas Familie kennst du Elishka? die Frau des Kerls der kürzlich gehängt wurde? die die jetzt beim Scharfrichter ist? genau die das Leben kann hart sein äh ja und weißt du ob sie hier in der Gegend anverwandter hat? woher soll ich das wissen? nun entschuldige mich ich habe zu tun ähm ich hab grad mal zwölf Redekunsten naja gut eine Sache weniger um die du dich kümmern müsstest wenn Elishka nicht beim Scharfrichter bleibt hast du eine Sorge weniger jesus gut dann frag doch den Schreiber ach komm der pennt hab Dank dämlicher Schreiber der pennt ich glaub's nicht ach so wo hatten wir ihn gesehen ganz oben ne? ich mein der hat nicht zu pendeln mitten am Tage gelobt sei jesus christus aufzeichnung für Elishka ich wüsste gern ob ach meine knie tun höllisch weh ich wüsste gern natürlich natürlich junger man es gibt immer einen der etwas wissen will was brauchst du? wenn du für mich einen Blick in deine Bücher werfen könntest und Bücher? Herr im Himmel soll ich mit meinen schlimmen Knien etwa hier herumkriechen? der Vogt schickt mich das ist etwas anderes was benötigst du mein Freund? Arschloch steht in deinen Aufzeichnungen geschrieben wer wo lebt? glaubst du etwa wir füllen Buch über sowas? die Leute vermehren sich wie die Karnickel aber ich dachte dass im Rathaus in den Büchern Junge Aufzeichnungen gibt es nur über Abkommen Strafen Besitzrechte und so weiter und wenn es nicht gerade um einen Edelmann geht dann steht da erst recht nichts Elishka wird darüber nicht erfreut sein Elishka? meinst du zufällig die die in die Misheks eingeheiratet hat? ja genau du kennst sie? natürlich ich habe früher mit dem alten Mishek gewürfelt er hatte einen Sohn netter Junge wie geht es ihm? er ist ziemlich eingebunden schnürt ihm die Arbeit ziemlich die Luft ab er soll vorbeikommen wenn er wieder Luft hat und wo leben die Misheks jetzt? ein Katzensprung von Rathai entfernt bei einem Fischteich danke gut, hau rein sehr schön muss dann nicht mal in seine Bücher gucken perfekt das spart doch Zeit statt der Familie von Elishka ein Besuch ab das kriegen wir doch jeden noch verdammt da kann ich da nicht mal runter springen weil da so ein scheiß Brit ist sooo dann schauen wir mal wo es hingeht habe ich noch was zu essen am Start? ja das wird erstmal für eine Zeit lang helfen sooo wir wollen das ist definitiv klar in der Nähe da hin da hin da hin soo, da sind wir angekommen hallo leute ich habe etwas zu berichten wo seid ihr da was willst du sehr sehr nett ich habe neuigkeiten über elisca ich habe neuigkeiten über eure schwiegertochter sie ist eure verwandte ihr seid verwandt sie gehört zur familie und braucht dringend hilfe ich werde keinem helfen es könnte sich für euch lohnen es könnte sich für euch lohnen sie würde helfen das könnte helfen ein feuer könnte gefährlich sein das finde ich gut leute wie ihr sind hier bestimmt nicht sonderlich beliebt ich frage mich wie schnell euch die nachbarn zu hilfe eilen wenn ihr sie mal braucht und was sie täten wenn euer haus plötzlich feuer fangen würde was zum und wenn ihr dummerweise darin eingesperrt wird was willst du damit bürschchen soll ich die mistgabel holen the fuck ich habe 13 sie würde helfen sie könnte auf dem hof aus helfen wenn jemand weiß wie man anpackt dann sie ein bisschen hilfe wäre nicht schlecht schick sie her aber wehe sie legt die griffe in den schoß muss sich ihren teil verdienen das klingt ziemlich und wenn ich nur einen mucks von ihr höher komme ich mit der route eine tolle familie okay ja sehr sehr nett die frau übrigens müssen wir noch ein bisschen was organisieren für die 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 gifte die wir brauchen möchten und ich habe bücher stimmt ich habe neue bücher gefunden können wir direkt gleich mal hin so bevor wir allerdings die neuen bücher lesen wischka klischka wie auch immer sie heißt ihr helfen würde ich sagen sehen wir uns morgen zu einer neuen folge wieder zur familienvereinigung die wird wunderschön das kann ich euch jetzt schon versprechen und dann lesen wir auch noch ein paar bücher vorher haut rein euer sero tschüss ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020